So, hallo, wir machen weiter. Bei Deltaruhn. Wir sind wieder mal auf Böttli gestoßen im letzten Part und haben dabei einige Items hergeben müssen. Aber hey, wir gucken, dass wir das hinkriegen. Wir sind jedenfalls immer noch mit Noelle in der Stadt unterwegs. Hier sitzt der Verkehr offenbar gut, komplett gestoppt. Noelle, honey, where are you? Oh no, here she comes. Schnell die Kiste auf den Kopf. Jawoll. Noelle, komm home. I made your battery acid pie. Oh, Chris, perfekte Timing. Have you seen? Oh, my luxurious queen. Oh, my secrets, Chris, get in the car. Lol. My queen, where are you? I've begged you a gamer's delight. Hmm, she's not here. That was close. Chris, who is your friend? My face recognition software does not compute them. And yet, something about them seems cool. Robotic, even. Chris, we must drive to find Noelle. Everyone, get in the car. Oh, okay, ich muss steuern. Ja, aber wieso sind wir die Geisterfahrer eigentlich? Woopsie. Chris, get the banana. Okay. Potassium. Warum habe ich jetzt die Banane gesammelt? Hier kommt der Crossing. Get ready to stop. Äh, ich kann nicht stoppen. Oh, my secrets, it's a traffic jam. A dog must have wandered in the road again. Chris, be a dear and... Go press the walk button. It's just over on the other side of the road. Ja, nice. Um, I'll go too. No. You must stay. Until you hear all of my mixtape. Uh, okay. Chris, hurry up, please. What the heck? Next up is my CD of vintage hard disk noises. Chris, please hurry. Oh, mein Gott. Arme Noel. Okay. Also, wir müssen auf die andere Seite. Buy Queen Clean. The most popular cleaning flavors. What the heck? Hey, every... It's me. Everybody's favorite number one rated salesman 1997. Spamton. Gee, Spamton. Well, if it isn't a... Lightener. Hey, 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 hey. Looks like you are all alone on a light night. All your friends abandoned for you for the slime. You are... Sales gunned down the drain. Living in a goddamn garbage can. Well, have I got a special deal for lonely hearts like you. If you've lost control of your life, then you just gotta grab it by the silly strings. Why be the little sponge who hates its 499 life? When you can be a... Big shot. Big shot. Big shot. That's right. Now's your chance to be a big shot. And I have just... The thing... You need. That's... Hyperlink blocked. You want it. You want Hyperlink blocked, don't you? Why have I got a deal for you? All you have to do is show me... You're a heart-shaped object. You're a light nerd, aren't you? You've got the light. You... Why don't you show it off? Yeah, 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 yeah. Don't you wanna be a big shot? I don't know. Spamton. Deal and heal 60. One more deal. Hey, I've never seen a hard-shaped object like that before. My eyes are burning like DVDs of any movie at half price. I have a very special deal for you, kid. I have a very special deal for you, kid. That's the local singles, probably. Ah, I don't want to meet local singles. Help. I have to do this four times... No, five times. Believe it or... I used to be a big shot. The biggest. But now... I need a little... You know your city. Oh... Ne, du kriegst nix. That's right. And I don't mean money. I'm a salesman. I was never in it for the money. Press F1 for hell. Oh, schon wieder die singles hier. Ah, mein Gott! Ja, das war's. Oh mein Gott, das wird... Oh, das wird interessant. Oh je, oh je, oh je. Das wird interessant. Oh, muss ich mir das jetzt aber nicht jedes Mal... Ah, okay, gut, danke. Okay. Ich mach mal das hier. Mal gucken, was passiert. Ah, okay. Passiert einfach nichts. Das war schlecht. Aber ich muss mal diese Attacke üben, weil die kommt immer wieder. Ah, das war nix. Oh, neue Attacke. Äh... Er zieht einfach Geld. Okay, das kann ich. Mit der Attacke komm ich klar. Mach die öfter. Ja, du kriegst kein Geld von mir. Aber im Hintergrund einfach Big Shot, Big Shot, Big Shot. Ich hab verstanden, du bist ein ganz großer... Alter, das sind hier Schwellenpreis. Ne, nicht Schwellenpreis. Wie heißen die Dinger? Äh, doch, ich glaub Schwellenpreis. Na, wo immer die 99 hinten dran ist. Und man denkt, okay, man bezahlt's für 14, dabei bezahlt man eigentlich 15. Weil halt 14,99 fast 15 ist. Wer hätte das erwartet? Oh, ich hab hier... Ich muss mal ganz kurz was drücken. Ich merk grade, dass mein Handy die ganze Zeit an ist. Huch. Ja, moin. Stopp. So. Okay. Aber Energie ist nicht so geil jetzt, ne? Aber ich kann jetzt... Oh, wir haben TP 63 geschafft. Das heißt, ich kann jetzt... Nein! Das war schlecht, das wollte ich nicht. Ich... Ich hoffe, ich treff... Das ist ne leichter... Ach, komm schon, das war so knapp. Ist das dein Ernst? Ah, ich hätte jetzt nämlich healen können, wenn ich die nicht verdrückt hätte. Ich hab mich ja nur verdrückt. Ich hab mich ja nur verdrückt, Leute. Chillt. Wollte ihn nicht angreifen. Ich hab mich nur verdrückt. Mein Gott, Spamton. So, jetzt aber. Also. Und ich mein, der Anfang war schon scheiße, weil ich da ja testweise gesagt hab, I'm not interested. Das war ja schon dumm. So, die Attacke ist die schlimmste. Ich muss wahrscheinlich so ein bisschen hin und her. Ja. Ja, es war okay, I guess. So, kein Money. So. Ich war nur immer in der Zeit für die Freiheit. Ich war nur immer in der Zeit für die Freiheit. Für die eigene Tatsache. Für die eigene Tatsache. Für die eigene Tatsache. Und manchmal in der Früh, ein bisschen hyperlink blockiert. Sounds good, doesn't it, kid? Don't you want to be just like your old Pulse Bempton? Take the deal. Ja, muss ich wohl nehmen. Now that's what I'm talking about. You got guts, kid. That discomfort and abdominal pain in my guts. Transmit Chroma. Okay. Nein! Ah, das gibt's noch nicht. Die Attacke war doch eigentlich okay. Ah. Don't worry, kid, I will give you deal insurance only for the low, low price of 1.000 Chroma. An awesome price, an absolutely terrifying price. Price is so low, everyone I know is dead. Ja, müssen wir kaufen. Was? Müssen wir nicht kaufen. Ah, ich dachte, es ist gut, wenn ich das ihm annehmen müsste. Nein! Aber nächstes Mal kann ich wieder heilen. Wenn ich überleben sollte. That is. Okay, jetzt kann ich heilen. Was ich vorhin machen wollte. Okay, nein, kein Insurans. Er gibt mir keinen anderen Deal. Lass mich einfach in Ruhe. Oh mein Gott. Nein, ich war doch vorhin zu gut bei der Attacke. Warum kann ich das jetzt nicht mehr? Gehe heim. So, jetzt habe ich noch einmal Spare und dann müsste es gewesen sein. Ich muss jetzt so die richtige Antwort finden. Ich bin ehrlich, Mann. Ich brauche nur die Account-Details und die Nummer auf der Back. Dann kannst du 1.000 free Chroma. Nix. Warum 19? Es ist aber 99. Was soll das denn? Scam. Selbst der Kampf ist Scam. Was? You don't need it? Das ist ein Real Big Shot Move, kid. Du bist wie ich. Das ist toll. Aber wir wissen, was wir wollen, nicht? Wild Prizes, Hot Single, 100 Customer und, most of all, Hyperleague Blocked. Will du den finalen Deal? Remember, das ist auf dich. Ich will nicht zufrieden. Was ist jetzt richtig? No Deal. Wrong. No Deal. No. No. Ich kann nix anderes machen. Okay. Dann a deal's a deal. Pleasure doing business with you, kid. Minus 32. Ja, ja, moin. Now on to the next step. I'll be waiting at my homemade storefront site. In the trash area closed for repairs. Come alone. And don't forget. To like and subscribe for more Hyperlink Blocked. The post is torn. revealing a faded one underneath big shot autos take a ride around town in our special the rest is cut off also visit es auf jeden fall ein big shot so wissen auf der anderen seite sheesh get in uiuiuiui Chris we have to drive to find noel turn on the high beams nein wird sie nicht when she sees the queen signal she will come running why do you need to fight noel so badly what are you saying this city is dangerous imagine poor noel clipping into a wall somewhere wasting away from potassium deficiencies you actually worried about her i would be if i wasn't going to find her but but why her wait let me guess is it because she's weak enough to make into european haha no just the opposite it's because she's strong huh what do you Chris stop the car what's wrong with it phew i was just concerned because it hadn't exploded yet looks like we'll have to split up on food Chris if you see noel tell her my knowledge of her preference is absolute and if she needs proof use this queen's mixtape was thrown into your key items toodles the fuck phew somehow i feel like we're almost out of here let's go Chris ok wieso habe ich jetzt was rollin to my key items nix ist da was rollin to my key items nix ist da ah hey thanks for the tape i was hungry push my tummy to hear a cool song ja verstanden ok so ich habe kapiert ok alles gut ok wir müssen wieder knöpfe drücken gosh that was close wasn't it chris this strange world this big city it's so wild it kind of makes my head spin huh looks like another puzzle maybe if i go down here d e d e d e ok sie wollte immer mal an einen neuen ort kommen warte was 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 schreiben wir gerade ich komme nicht hinterher ah shit ich kann sie mir sehen ok wir schreiben irgendwas weiß es nicht c e the forest behind the graveyard c e m es ist super schwer dem text zu folgen c e m b what but for some reason i feel nostalgic to think about it also sie redet von ok c e m b r warte was schreiben wir da this is the only one who knows how weird i am it's not fair you know everyone knows how weird you are hahaha ok können wir jetzt nochmal gucken was wir geschrieben nein können wir nicht ok alles klar oha it's a ball throwing game prices are seated under the counter kann ich spielen nein kann ich spielen nein kann ich spielen hier auch nicht kann nirgends spielen aber ich muss alle anklicken oh no no noel kiste oder so hey check this out ja cool sweet white where's my price here haha nice wait i actually don't want this oh oh wir treffen sie wieder sehr schön haha how was that haha susie you're not supposed to attack people with it oh yeah watch me chris there you are chris check out my new attack ah sie kann heilen yes oh mein god nice you felt slightly healed hey how's that meet the new healing master chris oh yes she is a real master that chris god teaching you is a chasm was a mistake hahaha oh chris what's that you have there is that a gift for someone gift to birdly der ist gar nicht da also wir sind jetzt ja team susie und äh noel ne entsprechend gebe ich das ralsi huh you're giving it to me chris i've never gotten a gift like this before um i'm sorry i i'm so happy i don't really know what to say i'll win something for you too okay one baseball please wait a second nein die kist ist weg noel the hell were you doing in there that's cheating i i am i glad you're okay though since that stupid queen took you i was kinda worried thump thump wait aren't you on their side huh wait 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 um i i chris help me we have a tooth that's right we have a tooth chris said i could i could be on your team oh oh really well if chris said so i guess didn't really wanna kill you anyway so get in line already okay sind wir jetzt zu viert unterwegs chris also said i should be behind susie uh well if chris said so sehr gut let's go already das hat sie jetzt allerdings selbst gemacht okay sehr schön sehr schön sie traut sich was gut so aber die kiste ist weg das ist nicht so gut und one thing we gotta get started yes where the hell do you put that cool box um i just sort of i whatever just make us another one um okay sure ja das wäre wirklich gut wenn wir wieder eine hätten weil wenn jetzt die queen wieder auftaucht dann war es das mit dem versteckspiel so okay wir haben hier eine treppe und die tassen die vier 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 Nein, jetzt ist sie wieder weg, oder was? Chris, don't take too long, okay? Das ist nicht gut. Das ist nicht, was ich wollte. The treasure of air, where there are one place, one, two, three. Perhaps it means we all have to enter one teacup. Ja, okay. Also müssen wir wieder runtergehen. Aber das gefällt mir überhaupt nicht, sie da oben alleine zu lassen. Das gefällt mir überhaupt nicht. You all jumped into one teacup. You heard the clicking sound. I know, like we're doing that again. Ach so, und jetzt, I see. Man musste also erst das Schild lesen, dass man das erfahren hat. Aber jetzt... Ich wette, da ist irgendwas passiert. Ist sie noch da? Noch ist sie da. Noch ist sie da. Oh oh. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ich glaube, die Kiste wollten wir gar nicht öffnen. Okay, du kannst wieder runtergehen. Du kannst wieder runtergehen. Oder auch nicht. Oder ist ein anderer Schalter. Okay, Healing. So. Avoid get hit. Okay. Weil sie washes his hands for 60 seconds. What? Ich habe nicht das Gefühl, dass das richtig war. Aber hey. Oh, okay. Never mind. Alles optimal. Warum auch immer. So. Zack, raus damit. So, jetzt drücken wir den Knopf hier. Jetzt muss einer von uns hier drauf stehen bleiben, oder was? Ach nee, das bleibt jetzt so. Okay. Ah. So, why were you all riding a teacup together? Äh, balloons. Balloons? Trust me, you dodged the bullet. Ähm, okay. Gut, wir sind wieder zusammen. Sehr schön. Ich hatte ein bisschen Sorgen, dass das schief geht. Was ist denn jetzt los? Warum greift mich Feuerwerk an? Aua. Geh einfach durch, einfach durch, einfach durch. Ja, sehr schön. Easy. Ähm. Sie ist weg. Sie ist weg. Hallo, Leute? Ist euch bewusst, dass wir Noel verloren haben? Ah, shit. Ah, verflucht. Ach. Come on. Okay, catch all. Upgrade. Okay, was ist upgrade? One solution for mouse. Hier, kitty kitty. Äh. Lol. Sie hat einfach die ausgetauscht. Interesting. What the heck? Okay. Ich dachte, sie bleibt jetzt gefangen. Ah, ich weiß nicht, ob ich das mit der... Ja, wobei, die Katze ist eigentlich okay. Weil mit der Katze komme ich klar. Die kriegt einmal Petting. Ähm. Bulltrade heal. Best healing. 100% TP. Oh mein Gott, Susi. Wie soll ich... Wann soll ich das denn einsetzen? Wann soll ich das denn einsetzen, Susi? Shish. Ach, shit. Dann kriegt die hier S-Action und die kriegt nochmal R-Action. So. Ach, ich hätte die Katze rausnehmen können mit Welsi. Scheiße. Bin blöd. Aber die Katze macht jetzt auch keinen so großen Ärger. Okay, so. Katze raus. Maus raus. Maus raus. Ah, und die andere Maus müssen wir nochmal hier. Okay, alles klar. Ist egal. Eine Maus bleibt übrig. So. Und raus damit. Gut. Wait a second. Where is Noel? Ja. Ah, da auch. Mein Gott. Ich dachte schon, wir hätten sie verloren. So sorry. I just never seen fireworks up close before. Those bullets. What? What? You scared? Ähm. Ähm. I guess so. Maybe that's why I couldn't stop watching. Okay, sie ist wieder da. Sheesh. Kannst du bitte bei uns bleiben? You put the mice in the hole. Oh, muss ich die fangen? Ah, verstanden. Hier muss auch eine rein. 20. Maybe if we, ähm, split up the work. Hä? I release the mice. Susie will break the balloons when they reach the top. And Chris, you catch them. If that's okay. Na klar. Ich hab den schwersten Job. Kein Problem. Okay, ich hab auch nicht den schwersten Job. Leute, 20. Wir haben's. Halyah, take that, you stupid mice. It's nice seeing you enjoy your puzzles, Susie. Well, maybe they aren't awful if you do them like that. Not bad, Noel. That was kind of smart. Thanks. Maybe next time I'll let you do my homework. Can I? Okay, ab dafür, Moises. Yay. Und jetzt kommt 100 oder so. Ah, eins. Müssen wir jetzt nochmal eins, wirklich? LOL, was? Ach so. Ha. Okay. Dann eben so. Wir haben immer noch keins von diesen drei blauen Dingern gefunden. Oh, oh mein. Look, we're finally close to the fountain. It's the queen's mansion. Wait, why did we come here? Ach du scheiße. Nein, 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 nein. Chris, you brought Noel right to me. I knew our truth was the best. But unfortunately, that means truthies are over. Noel, get over here. But I, 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 Noel, I will only say it one time. Infinitely. Get over here. Get over here. Get over here. Get over, get over, get over, get over, get over, get over. I, I, Noel, are you hesitating? Let me, if then, this for you. How about, if you don't listen, then, a certain bird might take a ride in the Acid River. Birdly? I, I, I'm sorry, Chris, Susie, I, I wish I could have stayed with you longer, but, I, I can't let Birdly get hurt, you know? Don't be sad, Noel, honey. All that remains is the final step. My splendorous queen, there you are. Phew, I looked in every used game store for you. Oh, Noel, are you okay? You look a little funny. Okay, plan B. No! Ah, god dang it! Huh? What are you doing? I see, now her will must be unleashed by force. Perhaps if I make her face into a robot one. But, but, but you said you wouldn't do that if I, Where we are relying, said to, 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 We were going to be smart together, that's not fair. Understood. Fairness activated. Oh, großartig. Alle bis auf Welsi. Hey! Good thing I calibrated those cages. You, you said I could trust you. You said you were a gamer. Birdly, I only play mobile games. No! One of you is going to help me with my plan, And it's going to be Noel. The rest of you, Go to your rooms. What are you going to do with me? Oh, damn! You're still here. I only made four cages. I literally don't know. I don't know. Okay. How do you like your new room units? As you can see, They are perfectly suited to your interests. Which I clean from your internet search results. I estimate you will have no desire to leave. Please tantalize yourself with your surroundings. And wait patiently while I dominate the world. Toodles. Chris, hey, can you hear me? Looks like there is some way to communicate between rooms. Convenient, isn't it? I really thought of everything. Shut up! Anyway, let's think of some way to get out of here. Welsi, you got any bright ideas? Hey, where the hell is Welsi? Damn, that soft yet tender screaming. Chris, that's gotta be him. Quick, we gotta think of some way to get out. Anything you smuggled in that might help us? Yeah, sure. Lancer. Ha! Missed me? Because I missed you. Lancer, that you? I thought you ditched us. No, I love ditches, but I would never ditch you. I was simply relaxing in Chris's spacious pants, so... Okay. Uh, pocket. Yes, and I saw it all. Pants lint various items. A wild mom put you in some shop cages. Ha! Yeah, we are trapped. So, um, hey, wait. Did you see us on the roller coaster? Yes, it was amazing. My first coaster ride. Ha! 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 I love getting noses with friends. Hey, you should probably, uh, free us. Oh, right. Yes. You can always rely on friendly me. To make you free. Ha! I have no idea how to use this. Request. New item for room. That sounds good. Item request. Shovel. Quantity, let's say, 999. Quantity overload. Oh, it worked. Let's go. Blue person whose name I know. Name is Chris. Uh, okay. It seems to have been overloaded by shovel requests. This is known as the dozens and dozens of shovels attack. It's a dozen and dozens of bath bombs. From search query, do-it-yourself bath bomb. It's a jelly in the shape of various knives. From search query, sharpest kitchen knife jello. What? It's a jongles book on jongling and other tricks. From search query, how to use magic. It's a calendar with college vacation circled. From search query, summer vacation college, when. It's two pixelized torials playing the piano. Oh my god, ich hab torials gar nicht erkannt, tatsächlich. Lul. From search query, video game piano tutorial. To torials. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Okay, den fühle ich. it's a vhs explaining how to install video game piano from search curvy video game piano tutorial jetzt hab ich doch gerade gelesen ich will den komischen schlauch da noch use the communication device yes you put your whole head inside and honkt christ the hell are you doing trying to fit your head inside yeah meet hey we don't have time for this okay hier war mein cage okay da ist nichts mehr was ich noch wissen sollte ja wir sind also in queenshaus oder schloss oder wie auch immer chris hey man lanza you're the best dude come on well and well they are waiting yeah eher noelle und birdly yes let's put the paddle on the metal hey lanza you okay dude i i'm fine just very cold hey what the hell hey are you okay dude here let me heal you thanks susie but dad it's not strong enough huh quick chris let's find well see maybe he can heal him although ich wird den speicherpunkt wait wait you two aren't going to leave without me are you uh yeah we are but well my damsel in distress she must be in distress and if i cannot help her then okay fine you can come if you shut up you have escaped from your second personalized room of the day you are filled with the power of vacation homes holy shh seems like the room is overflowing with shovels and you don't have anything to dig through with them okay das war vacuum powered book from search query losers this library sucks it's a painted egg it's warm from search query can hair boil hex hatch seems to be somewhat glitched out hologram from search query yeah genau it's a copy of an online skateboarding game cool skateboard game online it's a skateboarding game but the ai is cheating it's impossible to win cool skateboard game online cheat sehr gut susie's computer doesn't seem compatible with the skateboard team game okay the nameplate reads berkeley i mean berkeley peak inside yes what you saw surprised you sort of hey yeah hallo okay catty's room peak inside yes it's wallpapered with the pink cat ad from the city it's animated too okay joggington's room it's beautiful okay as real's room as real's room what what h like what what Okay, looks like a puzzle, I think you can do it Chris, calm your skinless boneless thighs everyone, I'll think of a solution, Chris just ignore him, I'll just be over here where I can't hear you. And I'll be here away from your IQ, the buffing aura. Ja, lol. Okay, ich gehe davon aus, man muss das halt zusammenbringen, ne? Ich muss erst mal, okay, ich muss erst mal hier gucken, wo das hinpassen könnte. Ach, ich kann es auch noch drehen, ja, moin. Also ich würde sagen, das gehört da runter. Ja, das ist eindeutig das da. Und das ist dann... Ja, moin, das war einfach. Yeah, we got it. What? Hey, wait a second. How do you, how do you drive without me? Haha, Chris figured it out before you're jealous. Well, I... I knew the answer, I just wanted to see Chris try first. It's called Suspense, Susan. Duamatic Suspense. Oh Gott, nennt sie nicht Susan. Die kommt gleich mit ihrer Axt. Then you do the next one. Fine, watch me. Also my name's not Susan. Ja, ich wollte schon sagen. These dark bulbs will cast a bright shadow on the ground. Fill in the space with dark to unlock the way. Ja, das haben wir ja gemacht. Easy going. So, jetzt schauen wir mal Bertli zu, wie er das macht. Ha, Child's Play, couldn't you give me a harder one? Um, for example, if anyone had a 4x4 puzzle cube. Just tell us the solution. Well, haha, you see. First you... You align the shadows with the lines on the floor. Alright, what do we move first? Um... Chris, just do the puzzle. Just give me a moment. It's not like Chris could even solve it anyway. Bertli, dein Ernst? Chris, leave the controls alone. If you get sweat on the controls, it's... It's going to eat up my inputs. So just let me solve this. Ja, dann mach doch. Komm, mach. Ja, los. Ja, komm. So. So, also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Das ist schon mal klar. Ähm... Man muss jetzt halt mal gucken. Ja, weil das ist... Das ist schon das... Das ist schon der Punkt. Die passen schon mal nicht zusammen. Weil ich das nicht so drehen kann, wie ich das gerne hätte. Und ich denke so drüber... Oder darf es überlappen? Ich denke nicht, dass es überlappen darf. Nee, das ist ja... Hä, das ist zu groß. Also, die passen gar nicht alle da rein. Okay, das geht auch nur so. Dann machen wir das jetzt mal hier unten rein. Nein, den anderen hätte ich gerne. Ah, den anderen hätte ich gerne. Aber die kann ich halt zum Beispiel nur so komisch drehen. Ich weiß nicht, ob die so... Nee, das ist genau, was ich meine. Ich muss gucken, wie die sich drehen können. Wie kann sich diese Raute drehen? Also, Raute ist relativ nah, aber... Die würde in die Ecke hier reinpassen. Aber das ist schon wieder... Wenn ich die jetzt hier in die Ecke reinmache, das geht... Da passt nichts anderes hin. Also, das geht auch nicht. Hier unten geht sie nicht rein. Sie würde nur in diese Ecke hier gehen. Aber wie gesagt, wenn ich sie in die Ecke mache... Ah, vielleicht... Warte mal. Ach, ich will aber das Ding nehmen. Dabei muss ich das hier machen. Wenn ich den jetzt hier hinsetze... Ja... Aber jetzt habe ich das Problem, dass der nicht passt. Also, der passt halt in keiner Variante. Ach, nee, es passt. Und dann kommt es direkt noch da rein. Okay. Dann eben so. Dann eben so. Whoops, looks like Chris. Yeah, got it again. Wait, wait a second. You can't have... You just got lucky. Okay, it's just trial and error. Ja, ich meine, es war halt wirklich. Also, es war halt wirklich trial and error. Er hat ja recht damit. The brute force method. Ha, a caveman could do it. Except cavemen died out, because they are stupid. I'm solving the next one. So, just stay here until I'm done. Yeah, like we're gonna wait that long. Oh, ein Quadrat mit diesen Vormänder. Na, das wird lustig. What are you two doing here? A really white hole. Uh, what? Chris, wanna try? Warum müssen wir es überhaupt lösen, wenn hier eh der Weg... Also, na gut. Also, Susie hat ja schon gesagt, ne, wir packen sie in die Ecken. Die Frage ist halt, wie müssen wir sie da reinpacken, dass das passt? Ja, aber das überlappt doch jetzt auf jeden Fall. Also, ich meine... Hä? Das sind halt viel zu viele, dass die... Ja, also, hä? Hä? Was? Ich hab... Okay. Susie's idea worked? There's... There's no way. It's a computer bug. It's a glitch. You're cheating. Just like when you... Wavedash. Ah, how's it taste, idiot? Man, if I'm gonna relish this... I'm gonna relish this forever. All those times you acted so high and mighty. Well, guess what? You're not. Face it. You're just as big a dumbass as the rest of us. Ha 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 ha. Fine. I admit it. I'm not that smart. I never was. There, are you happy? Aye, aye, just... I used to be a forgettable little bluebird. No one ever remembered my name. Then, one day, came the spelling bee Noel, and I studied four. When it came down to the two of us, she got nervous and couldn't speak. She lost. And I won. That was when I tasted it. The praise, the glory, the superiority. The addictive power of being smart. Since then, year after year, I've been number one in the class, but it's only because Noel helps me study. She's the real smart kid, but everyone's expectations for me are so high now. What am I going to do once I go somewhere without her? That's why I wanted to make a new world for us. A world where we'll always be number one and number two. But I was so wrapped up in that, I got tricked by Queen. And now, Noel is going to suffer because of it. Maybe I did just like being superior. Maybe I am just an idiot. Don't cry, chicken nugget man. All of us are idiots too. Huh? I mean, like, I don't know about everyone else, but... Whether you're the smart kid or not, we couldn't care less. Screw up as much as you want, honestly. It's not like our opinion of you can get... Danke, dass ich weiterlesen konnte. Susi! Susi, you'd accept me, even if I'm dumb? Uh, yeah. It's like when your sister gets cursed in Dragon Blazers 2. Even if her state sucks. Stats suck, she's still your party member. Is Susi a real Dragon Blazers 2 reference? Susi, you're not only kind, but a true gamer as well. Perhaps I underestimated you. But worry not, I have decided. I will turn over a new leaf from now on. And fight for the sight. Of ignorance! We're not telling you to be stupid. Just sometimes it's okay to make mistakes. Haha, and make mistakes, I will. On what? Huh? Why couldn't Ralsy be here to teach the moral lesson? Ach, das hast du schon ganz gut gemacht, Susi. Okay. Ich würde ja gerne fast nochmal zurücklaufen und da speichern, weil scheinbar kommt so schnell kein Speicherpunkt mehr. Ähm, okay. This downstairs table will be for our special guests. There is a dinner party on the second floor for everyone else. Also ich habe ja das Gefühl, dass wir wirklich nah am Finale sind von Chapter 2. Aber... Erstens haben wir diese blauen Dinger immer noch nicht gefunden. Everything here is tailored for you, right? Äh, und zweitens... Habe ich auch keine Zeit mehr, weiter aufzunehmen. Deswegen wird es wohl noch eine weitere Session benötigen. That's screaming, well, see? You don't have to scream. Just because you like my outfit. This is gar nicht Ralsy. Oh, queer Susi. Um, how may I serve you? The hell are you doing? Um, Queen didn't have a room for me, so... Uh, she made me into one of her butlers instead. Whatever, Ralsy. Can you heal Anza? Oh! Haha, it's cold. Susi? I'm afraid this is something I can't heal. What? Lanza is... Lanza, Lanza, hey! You see, each Dark Fountain creates a different world. A world whose darkness reflect the will of its fountain. But though those darkness can exist in their own worlds, they might not belong if they get to another one. Ja, aber du bist ja auch hier. So can we help him? Ach nee, aber... Achso, Ralsy ist ja... Wahrscheinlich der Prinz von dem kompletten Dark World und Lanza gehört nur zu der... Einen Dark World. Yes, there is a way. Castle Town's Grand Fountain is made of pure darkness. As long as it stays flowing, any Darkner can live there. So if we bring Lanza back to school, he'll be okay again. So we just need to get out of here, huh? Right. All right. Lanza, we'll be back for you, buddy. Your friend, if we defeat Queen, we can save him. Uh, yeah. With me out of the way, Queen is going to force Noelle to do her bidding. And if Noelle doesn't want to, she might make her face into a robot one. Susie, could you assist me in saving Noelle? Uh, me? I just can't do it by myself. But if you can help me, I have a plan. A plan? I remember from Queen's tour of this place. There's a secret shortcut on the third floor. While Chris is distracting Queen, Susie will take the shortcut to reach Noelle. And transfer her to me on the roof. From there, I'll bring her to a safe hiding spot. And together, we can all defeat Queen. All right, sure, we'll give it a shot. Haha, most excellent. Done. See you on the roof, fellow agent. All right, let's go. Would you take that off already? Sorry. Kann ich ihn wieder mitnehmen? Hallo, ich will dich nicht schieben, ich will dich wieder mitnehmen. Weiter ist bis zur Treppe, würde es eh nicht gehen, ne? Ja, okay, alles klar. Ah, Speicherpunkt. Nice. Okay. Looking at these legs fills you with a certain power. Eigentlich nicht. Queen's Mansion Entrance. Gut. Ich denke, hier kommt noch einiges. Das wird auf jeden Fall noch eine zweite Aufnahmesession hier benötigen. Deswegen bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Schließe hier die Aufnahmesession ab. Hoffe, es hat audio-technisch jetzt alles geklappt, weil ich jetzt ganz schön viel aufgenommen habe, wenn da jetzt irgendwas schief gelaufen ist. Kritischer Hase. Danke fürs Zuschauen. Und Tschüss.